Entschuldigung, ich bin Henrik. Ich habe gerade einen kleinen Cocker gefunden. 250 Milliliter, der kann sich in den Flippen anstoppen. Du kannst einmal Cocker mitnehmen. Du kannst nicht ohne Cocker sein. Du kannst einmal den fremden Cocker bringen. So, wir haben hier das Wiesel. Und wir haben erst mit den Köpen. Das war die Ukraine und die Paz. Die Wiesel wird so sein. Was ist hier bei uns? Das ist hier bei uns. Die Menschen haben viele Sachen gerührt. Die Nacht ist keiner erreicht. Ich habe da noch nicht gemerkt, ich wollte es nicht dazu bemerken. Aber wir wollen sehen, wo die Bär ist. Sie haben alle die Kürze darüber. Ich weiß nicht, wo es noch sein wird. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht. Haha, ja. Jetzt kackt das, was das ist. Haha, jetzt kiehst du, Bär. Haha, ich habe hier noch alles Bärm. ha, ha, mira escribierierierierter Mexico ha, 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 ha oi, oi, wo es so wie hier? mira Zoot, koca, roofless Zoot, koca, roofless Eieiei, in hier sagt er, Mexiko. Das haben wir nicht in den Löschen, Rufless, nicht? Da kann man hier Mondposen sein, wenn man wieder was Posen. Hier sieht man gar nicht Rufless. Das ist ein Handkrieg. Da muss man dann noch was Posen. In Mexiko sagt er, weil du sagst auch nicht von Mexiko, nicht? Wieder nochmals. Das ist nicht eng, aber weil wir nicht ohne Italien haben, da muss man Posen, nicht? Lassen wir ihn in den Löschen, Rufless? Wieder. Mexiko sagt er, Rufless. Ja, das war ein Posen. Das war ein Posen. Das war ein Posen. Das war ein Posen. Aber das war ein Posen. Ja. Was glaubst du, was glaubst du denn? Tell mich in den Kommentaren, was die da wollen. Was die laufen von dort. Süd. Das war ein Hände. Im Hände von der Nacht. Rufless. Jetzt lässt er mich messen, und alles rufless. Wir haben nochmals! Danke für mein Video hier kicken. Wie wir können wir finden, wo wir nach Hause bestellen. Die Strasse von Mexiko. Das war nicht in der Pfisen. Ha ha, warte! Danke für dich!